kennen sie diese situation auch sie reden mit ihrem gegenüber das völlig unerwartet schreit lass das kevin wahlweise auch jonas marie annalena felix und eine diskussion mit seinem zögling über sein verhalten startet das machen natürlich nicht nur eltern dieses verhalten zeigen auch andere dann sind es nicht die kinder die für ablenkung sorgen sondern ein bekannter der des weges kommt oder ein eichhörnchen oder ein vogel oder ein kleeblatt man steht dann daneben und fühlt sich genau scheiße mir drängt sich dann die frage auf oder fragen auf hat derjenige mir überhaupt zugehört was will mir er sie mit diesem verhalten sagen langweile ich sie ihn oder hat hat er sie grundsätzlich kein interesse an meiner person frei nach dem motto ich rede zwar gerne über leute aber nicht mit ihnen was auch immer die beweggründe sind wenn ihr zu den nicht gerne zuhören gehört merkt euch fragt nie wie geht es dir ihnen die frage könnte das gegenüber ernst nehmen und antworten das war meine kolumne einfach mal nicht fragen mein name ist mir stefan und ich rede hier mit meiner wunderbaren tochter jill hallo ja diese situation kenne ich auch und wenn diese leute schon solche fragen stellen dann bekommen sie meistens einen lehrigen oder gelangweilten gesichtsausdruck das ich auch ja oder sie unterbrechen dich abrupt mit der begründung sie müssen noch etwas dringendes erledigen oder haben irgendeine andere ausrede und dann fühle ich mich immer doppelt schlecht weil ich habe dann nämlich immer das gefühl dass es unsichtig ist was ich sage naja nun interesse an einem anderen menschen und sich für ihn zeit nehmen ist eben nicht jedermanns sache bei dem stichwort zeit fällt mir übrigens gerade etwas ganz anderes ein nämlich das bild von dalie weißt du dieses mit diesen zerfließenden uhren ich mag das total gerne ich glaube es heißt beständigkeit oder zeit der erinnerung das kennst du doch bestimmt ja ja klar also es gefällt mir auch sehr gut und das heißt beständigkeit der erinnerung es wird aber auch die zerrinnende zeit oder die weichen uhren genannt ja man sieht das oft auf postern und zum beispiel auch im fernsehen also das ist auch schon bei den simpsons oder sogar in der sesamstraße vorgekommen und ich glaube es war auch schon in dem ein oder anderen film zu sehen und damit wären wir schon direkt am anfang unserer beliebten rubrik horror wakui allerdings haben wir damit einen künstler naja gut also wir sind ja emanzipiert und wenn das werk gut ist darf es auch mal ein mann sein ja also dann will ich mich mal an die bildbeschreibung machen salvatore dalie der übrigens spanier war malte das bild 1931 und das ist auch relativ klein also nur so 24,1 zentimeter mal 33 zentimeter ja und das ist in öl gemalt und zeigt drei zerfließende taschen uhren die in der katalanischen landschaft vor den schroffen felsen des cap de creus arrangiert sind und es gehört zur bildgattung der landschaftsmalereien ja und es entstand in der epoche des surrealismus zu sehen sind wie gerade erwähnt drei zerfließende uhren und eine vollständige die übersieht man oft ja genau ja ja und deswegen also auf der vollständig erhaltenen uhr unten links im bild sind ameisen zu sehen die sollen sinnbildlich für die vergänglichkeit und den verfall stehen darüber sitzt auf der zerfließenden uhr eine fliege und die soll zeigen wie die zeit verfliegt die zweite weiche uhr hängt über dem ast eines baum torsos und rechts im bild zerrinnt eine uhr auf einem im profil dargestellten abstrahierten gesicht des künstlers und der hat die augen auch geschlossen ja stimmt kann ich mich erinnern ja ich habe immer gesagt nicht gefragt was ist das überhaupt aber stimmt das ist ja also im profil des künstlers genau ja das ist auch ziemlich interessant wenn man das dann mal weiß und darauf achtet genau ja die uhren symbolisieren das gefühl der zeitlosigkeit und stehen für die allgegenwart der zeit und deren herrschaft über die menschheit ja angeblich habe der anblick von heißem zerlaufenen camembert dali zu dem gemälde inspiriert ach das ist interessant ja das fand ich auch noch ein lustige lustiges in rösschen information dazu es hängt übrigens seit 1934 im museum of modern art also moma in new york ja und ich habe auch noch ein fun fact am 19 juli 1938 traf da lee siegmut siegmund freud in dessen londoner haus und ja da lebte der im exil später dankte freud in einem brief dem schriftsteller stefan zweig der das treffen ange arrangiert hatte folgendermaßen zitat wirklich ich darf ihnen für die fügung danken die die gestrigen besucher zu mir gebracht hat denn bis dahin war ich geneigt die surrealisten die mich scheinbar zum schutzpatron gewählt haben für absolute narren zu halten der junge spanier mit seinen treuherzig fanatischen augen und seiner unleugbar technischen meisterschaft hat mir eine andere einschätzung nahegelegt zitat ende na ja das ist ja interessant jetzt noch mal kannst du ungefähr mal so zur einordnung zwei drei sätze zum surrealismus sagen und den erklären aber wirklich kurz wir sind ja jetzt hier nicht an der uni und in einem colloquium klar ja versuche ich mal also aus dem französischen übersetzt bedeutet surrealismus so viel wie über dem realen also dem wirklichen in den mittelpunkt rückten die künstlerinnen und schriftsteller innen das traumhafte fantastische und absurde und widersinnige also all jene dinge die nicht durch den menschlichen verstand und seine erfahrungen zu fassen sind und oft in den tiefen des unterbewusstseins schlummern ja jetzt verstehe ich auch warum dalie siegmund freud kennenlernen wollte klar ja freuds psychoanalyse war prägend für den surrealismus und dessen künstlerinnen diese künstlerinnen des surrealismus versuchten ihr unterbewusstes ihre innere traumwelt und die mystik nach außen zu bringen für sie war dies ebenso eine reale welt wie die alltagswirklichkeit ja interessant apropos alltagswirklichkeit jetzt muss ich gerade an was besonderes über besonders lustiges denken das muss ich unbedingt mal erzählen also ich war gestern bei meinem hautarzt um ein rezept abzuholen und vor mir war ein älterer mann der sichtlich probleme hatte die arzthelferin hinter der schutzscheibe zu verstehen also ich meine diese spuckschutzwand diese corona wand also dahinter saß sie mit dem mundschutz und der mann trug natürlich auch einen schnutenpulli schnutenpulli ja lustig okay ich muss zugehen das ist jetzt nicht meine wortschöpfung sondern die einer freundin also also die arzhelferin sprach zudem auch noch sehr sehr leise und weißt du was der mann gemacht hat jetzt kommt er nahm die maske ab legte seine seine hand ans ohr und brüllte was haben sie gesagt das war das beste daraufhin die arzthelferin ganz emotionslos setzen sie die maske bitte wieder auf mit dem mund und der nase können sie auch nicht besser hören ja gut ich muss allerdings auch zur ehrenrettung der älteren menschen sagen dass ich dieses phänomen auch schon bei jüngeren beobachtet habe also da frage ich mich manchmal was ist das für so ein komischer reflex ja ja also ich habe sogar was ähnliches erlebt fährt mir jetzt gerade eins zum beispiel einmal im supermarkt da hat das handy einer frau geklingelt und sie ging ran und hat dann in den mundschutz dafür runtergezogen also oder wenn die leute beim einkaufen ja fragen an die mitarbeiter innen haben dann ziehen sie auch sehr oft die maske dafür runter verstehe ich auch irgendwie nicht also hat ja gar keinen sinn aber vielleicht will man nur etwas was im unterbewusstsein stört entfernen man bringt also quasi sein unterbewusstsein nach außen kann ja sein was beweilen beweisen würde dass frei nach joseph beuys jeder mensch ein künstler ist also du verstehst unterbewusstsein und surrealismus das ist jetzt aber eine sehr kreativ und eigenwillige herleitung wenn man sich mit künstler innen beschäftigt dann färbt das eben ab ja womit meine beziehungsweise beuys theorie auch wieder bewiesen ist jeder mensch ist ja 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 ich habe verstanden aber jetzt mal ernsthaft und spaß beiseite ich muss noch mal auf beuys theorie zurückkommen nach seiner meinung wäre dann in jedem von uns ein goethe eine annette von droste hülzhoff ein mozart eine sarah connor oder ein georg basilitz oder eine elvira bach jein also er hat nämlich auch festgestellt achtung zitat damit sage ich nichts über die qualität ich sage nur etwas über die prinzipielle möglichkeit die in jedem menschen vorliegt das schöpferische erkläre ich als das künstlerische und das ist mein kunstbegriff zitat ende das heißt unter kunst verstand joseph beuys nicht einzelne werke die man jetzt ins wohnzimmer oder ins museum stellt sondern ereignisse gespräche und denkprozesse mit diesem berühmten satz meint er dass jeder mensch als soziales wesen die schöpferische kraft hat sich selbst und die welt zu verändern na ja gut okay das kann ich nachvollziehen also wenn man dann offen und neugierig durch die welt geht lernt man dazu verändert vielleicht auch zu dem ein oder anderen thema seine haltung engagiert sich vielleicht für andere aber meinst du dass man seinen charakter grundlegend ändern kann also ich weiß es ja nicht ich glaube eher nicht dass menschen vor allem durch ihre erziehung geprägt sind also das ist eher das was ich denke und da fällt mir übrigens eine geschichte eines amerikanischen neurologen ein allerdings habe ich den namen jetzt auch leider vergessen und und der hat die neurologischen wurzeln der psychopathie anhand von gescannten gehirnen seiner verwandtschaft untersucht und er fand dann tatsächlich in einem gehirn abweichungen und zusammen erschrecken war es sein eigenes und er hat dann in seiner familie herumgefragt ob sein verhalten als kind auffällig gewesen sei und einige haben bestätigt dass er immer sehr laut gewesen sei und im mittelpunkt stehen wollte seine eltern haben ihn aber mit strenge und viel liebe erzogen sein fazit daraus war dann angeborene anlagen können durch eine liebevolle zugewandte erziehung in gesunde bahnen gelenkt werden deshalb sei es auch sei er auch arzt und nicht mörder geworden ja es gibt doch diesen interessanten spruch kindheit ist das was man ein leben lang versucht zu verarbeiten den kenne ich auch ja was meint ihr da draußen denn dazu da könnt ihr ja gerne mal bezug nehmen vielleicht hört uns ja auch eine psychologin oder einem psychologe zu die der das alles viel besser erklären kann das wäre sehr interessant schreibt uns doch einfach mal wir freuen uns darauf ja genau zum beispiel auf instagram unter erbse und schote genau so und scheiße was jetzt los oh man ey ich hab den aufschnitt im auto vergessen dass bei der hitze draußen dann mal hopp 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 die wurst retten ja ich werde mich dann mal nach draußen begegnen und noch gucken was zu retten ist und damit würde ich sagen sind wir ja auch für heute ans ende anbelangt das war erbs und schote für diese woche wir hören uns nächsten dienstag wieder ich freue mich drauf ich mich auch glück auf tschüss tschüss